Günter Dreefs ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler. Laufbahn Als gebürtiger Berliner begann Günter Dreefs seine Fußballlaufbahn erst spät beim SC Mariendorf, der später mit dem Mariendorfer BC zum Mariendorfer SV 06 fusionierte. Von dort wechselte er zum BFC Preußen. Dreefs debütierte für Bayer 04 Leverkusen am 5. März 1985 in der Bundesliga, als er beim 3-1 Heimsieg gegen Eintracht Frankfurt in der 89. Minute für Falko Götz eingewechselt wurde. Sein erstes Bundesligator gelang ihm zwei Jahre später beim 2-1 Heimsieg gegen den VfL Bochum am 2. Mai 1987. Nach 46 Spielen für Bayer wechselte er im Sommer 1987 zum Ligakonkurrenten Hannover 96. Hier spielte er in zwei Jahren 43 Mal und erzielte acht Tore. Nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga 1989 ging Dreefs zum 1. FC Nürnberg. Hier konnte er sich jedoch nicht durchsetzen und bestritt bis 1992 nur 23 Spiele. 1992 wechselte Dreefs in die Schweiz zur AC Belinsonar. Im Frühjahr 1994 kehrte er jedoch wieder nach Deutschland zurück und ging zur SPVGG Fürth in die Bayernliga. Nach geglückter Qualifikation für die Regionalliga bestritt er in der Spielzeit 94, 95. noch zwölf Spiele in der neuen Spielklasse. 1995 wechselte er zur SPVGG Bayreuth. Einer der größten Erfolge in der Laufbahn Dreefs, der insgesamt 112 Bundesliga-Partien bestritt und zehn Tore erzielen konnte, war der 2-0 Finalsieg bei der U16 Fußball-Europameisterschaft 1984. Bis Ende 2009 trainierte Günther Dreefs die A-Jugend und die 2. Herrenmannschaft des TSV 04 Feucht. Seit Ende 2010 trainiert er die A-Jugend des SK Lauf mit großem Erfolg.